hi meine lieben herzlich willkommen zu einer neuen wochendekoration ihr musstet ja lange genug darauf warten aber ich verspreche euch heute wird es ziemlich cool also wenn alles so klappt wie ich mir das denke wie ich mir das vorstelle und wie es geplant ist dann wird es eine richtig richtig geile dekoration ihr seht ich habe schon extrem viel stempel zubehör aufgebaut weil ich mache eine komplette unterwasserlandschaft und die mache ich nur mit stempeln mit stempel farben stempel verwisch und ja stelle stempel genau dazu nutze ich das distress oxide kissen in vintage foto zusammen mit dem inkpad von faltkarten.com in senfgelb daraus wird der boden also kleine sandhügelchen und aus dem distress oxide faded jeans kissen dem versamagic sea breeze kissen und dem versamagic aloe vera mache ich das wasser zum schluss nutze ich noch das army grünen kissen von faltkarten damit stempel ich so ein bisschen naja seetan und genau das memento lux weiß ich nicht ob ich das brauche ich jetzt einfach mal mit rausgelegt geplant ist eine ponyo deko und ich dekoriere heute die kw 39 jetzt erschreckt bitte nicht was wie 39 aber wir haben doch noch so viele die dazwischen liegen ja richtig aber mir geht momentan so ein bisschen mein mein philofax zweck verloren das heißt ich dekoriere zwar aber ich dekoriere nicht die kommende woche und habe damit auch nicht so meine termine auf dem schirm und das ist ein bisschen doof weil das ist eigentlich für mich sinn und zweck des philofaxen dass ich wenn ich eine wochendekoration mache auch sehe was in der kommenden woche so an terminen ansteht und dass ich einen grund habe um in den kalender zu gucken denn einfach nur meine termine zu sehen ist mir ja nicht grund genug ähm ja und das ging mir tatsächlich in der letzten zeit ziemlich verloren das heißt ich fühlte mich irgendwie gar nicht so wohl und ich glaube dass wenn ich mal wirklich zeit lust und muße habe dann werde ich die anderen wochendekoration noch nach dekorieren das ist auf jeden fall mein großes ziel aber das also priorität haben jetzt auf jeden fall die kommenden wochen also tatsächlich so wie sie jetzt kommt so wie man eigentlich auch philofax so jetzt habe ich meine seiten ziemlich schief zusammengeklebt das sollte so ich glaube genau heute geht es um pognio doch ein bisschen mal wieder hause ghibli wir wir waren ja lange nicht bei ghibli klar wir waren erst bei totoro aber ich habe ja bereits jetzt schon die zweite totoro deko gemacht und wollte auch mal ähm jetzt neues wagen und ähm ich hatte zwar in der letzten dekoration über über was hatte ich denn geredet ich glaube über das wandelnde schloss dazu habe ich jetzt tatsächlich eine deko idee aber die werde ich heute noch nicht umsetzen nein heute geht es um pognio ich finde pognio ist ein total süßer film war am anfang etwas skeptisch ziemlich skeptisch sogar der film hat mich dann aber doch überzeugt und ich fand den sehr sehr süß also wirklich sehr sehr süß ein hübscher film niedlich für die ganze family sehr naja hat hat auch wieder einen guten moralischen hintergrund und der macht auch so ein bisschen auf umweltverschmutzung aufmerksam und das finde ich ziemlich gut und ja also deswegen der also es geht um eine tiefe freundschaft um junge frische liebe und dass man menschen oder wesen in jeder form farbe größe so akzeptiert und liebt wie es ist und das ist doch das ist doch süß oder finde sie nicht ich finde es total niedlich und das ist pognio grob zusammengefasst ohne informationen ohne spoiler ohne alles okay sandhügelchen ihr seht ich mache hier gerade eine schablone für eine sandhügel und das was ich abgeschnitten habe das werfe ich nicht weg denn das brauche ich nachher noch für zum abkleben also so eine art maskiertechnik abklebe gedöns dingens so jetzt nehme ich mir noch ein bisschen washi tape um das hier mal miteinander zu fixieren und dann nehme ich das total gute washi tape das teure mit der goldfolie so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So weit, so gut. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Also mal ganz im Ernst, daran merkt man eigentlich, wie durch ich bin. Ich dekoriere gar nicht die nächste Woche. Ich dekoriere die aktuelle Woche. Ich dekoriere die KW 38. Es ist Sonntag, der 23. September und ich dekoriere die aktuelle Woche. Also da merkt man tatsächlich, wie raus ich bin. Und das habe ich nur anhand der, also was heißt nur, aber ich habe es anhand der Termine mitgekriegt, die ich hier wegradiert habe. Da kriegt man doch echt einen Anfall. Mein Gott. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich dann auch die nächste Woche dekorieren. Ihr dürft euch also bald auf ein neues Video freuen. Oh Mann. Jetzt muss ich das hier nur... Unten beschadet ablösen. Ja, wunderbar. So. So, noch sieht das Ganze wenig nach unter Wasser aus. Da fehlt auf jeden Fall ein bisschen was. Und das kommt jetzt. So, ich würde sagen, wir fangen mit ein paar Pflänzchen an. Ich habe mir zwar schon einen Stempel rausgesucht, den habe ich auch schon auf dem Acrylblock hier drüben. Aber das reicht mir nicht. Ich hatte doch so Action-Stempel, wo Pflanzen drauf waren. Wo habe ich sie? Ah, hier. Genau. Hier, das und die hier. Ich schätze mal, ich werde den hier oben ein paar Mal verwenden. Die Ranke lässt sich gut als unter Wasser fahren oder was weiß ich. Verwenden. So, komm schon. Ich glaube, ich beginne wirklich ein paar Mal mit dem hier. Und dann mache ich den anderen. So, wo habe ich mein Armeegrün? Oh ja. Die werden dann natürlich noch ein kleines bisschen ausgemalt. Aber die machen schon gut was hier. Aber die machen schon gut was hier. Und ich nehme die Ranke. Und ich nehme die Ranke. So. Ja, so langsam nimmt das Ganze doch schon schön Gestalt an. Oder? Ja. Ja. Ich mache hier nochmal so einen kleinen Wald draus. Das muss ich auch ruhig ein bisschen überlappen. Oh. Der war jetzt nicht der Knüller. Na egal. Male ich zum Schluss nach. Alles nicht so das Problem. Nicht so wild. Ich mache hier so ein paar Spitzen. Ja, so gefällt mir das. Sehr, sehr schön. Sehr gut. So, dann drücke ich den noch ein paar Mal hier ab. Dann ist er relativ sauber. Muss nicht groß gereinigt werden. Und dann kann er zurück auf die Trägerfolie. So. Oh, sehr, sehr schön. Jetzt zeichne ich hier noch so ein paar Sachen nach. Dazu nehme ich meinen Brush Pen. Aber ich glaube die, die so ein bisschen verschwommen aussehen, die Pflanzen, ich glaube die lasse ich so. Also, es gefällt mir ganz gut. Es ist ja unter Wasser nicht immer alles mega klar zu erkennen. So, aber ich zeichne hier so ein bisschen die Konturen der Sandhügel nach. Und die Sandhügel bekommen von mir auch noch so ein paar weiße Akzente. Quasi kleine Sandkrümelchen noch drauf. Das mache ich mit meinem Pilot Shoes Gelschrift, den ich vor zwei Minuten noch gesehen habe. Wo ist er denn hinten? Und was wir sagen müssen, wir sehen ja jetzt noch wenig Ponyo in dieser Dekoration. Das kommt noch, denn die kleine Ponyo, die wird, die male ich extra auf ganz normales Papier. Und die schneide ich dann aus und klebe die so rauf. Habe ich mir gedacht. So. So genau, meine Sandhügelchen bekommen hier oben auch ein bisschen Sand. Die kleine Ponyo ist gezeichnet und ich habe mir überlegt, meine Aquarellfarben mal wieder rauszukramen. Und damit auch so ein bisschen, also ich will Ponyo damit kolorieren und will auf jeden Fall hier meine Unterwasserszene noch ein bisschen, ein bisschen verschönern. Ja, und ich denke, dass Aquarell und Unterwasser passt. Das möchte ich doch meinen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ponyo ist fertig und kann aufgeklebt werden. Jetzt überlege ich noch gerade, wo mein Kleber ist. Völlig gut vorbereitet hier und heute. So, da braucht es auch nicht viel. Einfach mal ein bisschen kleben. Und da, wo sie eben gerade saß, gefällt sie mir auch ganz gut. Das heißt, ich werde sie hier hinkleben. So, toll, 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 toll. Und da mir das Ganze jetzt aber noch ein bisschen nackig erscheint und hier irgendwie keine weiteren Meeresbewohner sind, außer ihr, mache ich jetzt hier noch so ein Farmschwischel rein. So ein Schwarmfisch rein. Und habe mir dazu aus einem Set einfach so einen Minifisch geholt. Und aus dem mache ich jetzt hier so einen ganz großen Schwarm. So, und da hat es sich doch gelohnt, die Memento Luxe-Stempelfarbe rauszukramen. So, und jetzt kommen hier einfach ganz viele Fische hin. Und Ponyo guckt die quasi so an, so wie, guck mal, hallo, hallo, hier, ich bin's. Und Ponyo guckt die quasi so an, so wie, guck mal, hallo, hier, ich bin's. Und Ponyo guckt die quasi so an, so wie, guck mal, hallo, hier, ich bin's. Und die Dekoration ist jetzt fertig. Und ich finde sie ganz, ganz niedlich. Total hübsch. Schrift ist mir diesmal absolut nicht gelungen. Liegt aber auch daran, also ich will mich jetzt nicht rausreden, aber ich rede mich jetzt ganz gekonnt damit raus, dass mein Brush Pen so ziemlich den Geist aufgibt. Und ich mir dringend mal einen neuen kaufen muss. Ja, und außerdem switche ich immer irgendwie so zwischen zwei verschiedenen Schriften hin und her. Und das funktioniert irgendwie nicht. Manchmal bleibe ich bei einer Schrift hängen und dann läuft das. Und manchmal, weiß ich nicht, kriege ich das irgendwie nicht gebacken und versuche dann die zweite reinzuarbeiten. Und das ist einfach total kacke. Geht gar nicht. Naja. Halb so wild. Okay. Das ist jetzt nicht mehr halb so wild. Da, das Washi-Tape die Seite einreißt. Na toll. Ist mir auch schon ewig nicht mehr passiert. Und dabei habe ich es ganz vorsichtig abgelöst. Meine Güte. Ich bin mit diesen Einlagen eh nach und nach gar nicht mehr so zufrieden. Ähm, ich finde die zwar schön, aber ich hatte es schon mal erwähnt, dass der, ähm, der, ach scheiße, dass der Toner, der hier verwendet wurde zum, zum Drucken, ach, kacke. Dass der, ähm, den Stempelfarben nicht standhält. Und das Papier ist auch kacke. Toll. Schön. Naja. Mal gucken, was ich nächste Woche mache, damit das nicht auffällt. Verdammte Axt. Äh, ja. Aber an sich gefällt mir die Deko echt gut. Gut, ich finde es schön, dass es mal wieder eine völlig bunte Seite ist. Also von oben bis unten Farbe, mega. Ist super geil, um mal. Das Ding kommt in den Planer. Achso, äh, hier unten habe ich noch so einen Stempel-Spruch. Na, unexpected friendships are the best ones. Und den fand ich super passend. Weil, ja, äh, die, die Geschichte bei Ponyo handelt ja auch von einer unerwarteten Freundschaft. Und deswegen, äh, ist das eigentlich ganz passend. Und außerdem guckt Ponyo halt diese Fischchen so an wie, hallo, hallo, lass uns Freunde sein. Und, äh, das fand ich gut. Ja. Und da haben wir sie. Die Dekoration der Dekoration. Super. So, ich, äh, versuche dann, nächste Woche, ich schätze mal Dienstag, äh, die Deko noch irgendwie fertig zu machen. Ähm, dann für die KW 39, so wie ich es versprochen habe. Aber zumindest kann ich sagen, dass ich die aktuelle Woche dekoriert habe. Hahaha. Ah, naja. So war es zwar nicht geplant, aber jetzt ist es so gemacht. Und wer, wer will sich schon beschweren? Hauptsache ein Deko-Video, oder? Alles klar. Wir sehen uns bei der nächsten Dekoration. Bis dahin. Tschau, sind Klaus. Tschau, sind Klaus.